Ja, jetzt komme ich ja nochmal auf dem Video des Papiers, die sind oder drehen, und zwar der Impfstoff. Ich bin, ja, und ich kann jedem sagen, kann jedem raten, den BioNTech-Impfstoff zu probieren, denn ich war bei den Teststudien und die erste Spritze war vor drei Monaten. Die zweite Impfspritze, die von BioNTech für mich praktisch in dieser Studie gesetzt worden ist, war vor anderthalb Monaten. Nach der zweiten Spritze hat man Nebenwirkungen, wenn man wirklich, so wie ich, Allergiker ist. Ja, das stimmt, aber der BioNTech-Impfstoff wirkt, also er wirkt, und ich kann jedem nur raten, macht es, wenn der da ist. Also das tut nicht weh, und ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Danke. Danke.